Und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legend. Wir befinden uns in Valchara und machen auch die Quest. Angriffe auf Valchara, Legionsinvasion, zurückschlagen. Insgesamt brauchen wir vier, von daher wollen wir auch direkt mal anfangen. Dieser Agent der Legion unterschätzt eure Macht. Zeigt ihnen, was nach dem Kofutraunen ist. Nice, und die erste, die wir uns genommen haben, gefertigt. Da wären noch zwei, würde ich sagen. Äh, laufen wir hier runter. Das ist Rettkräfte der Legion. Ja komm, scheiß drauf, machen wir erstmal die nicht da unten. Hm, hier ist etwas näher dran. Die Dämonen haben ein Portal geöffnet, durch das weitere ihrer verfluchten Art hier einfallen werden. Vernichtet sie, bevor der Wald überrannt wird. Herr Kors ش reistet euch. Kurz zuright. Herr Kors, blendet mal je, immer. Ich glaube, es ist ein wenig zu sehen. Dann bleiben wir hier. So wie Gier wird weiß ich. Sehr fruchtig. Get your Lantern. Leute, tut mir leid wenn das Spiel ab und zu mir hängen bleibt. Verlacht. Nein, 75% haben wir. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Dank eurer Hilfe wird das Land verlaufen. Ich bin ein Wettbewerb. Es schmerzt mich, wie dieses Eisland durch üblen Wesen gequert wird. Ich bin ein Wettbewerb. Wer bietet ihnen Eichhör. Nice, und noch eine Schrift, dann sind wir auf 14 durch. So, dann auch mal schnell weiter, eine geht noch. Ich würde sagen, klatschen wir, zack, Notoren auf die Nase. So, dann gehen wir, zack, Notoren. So, dann gehen wir, zack, Notoren auf die Nase. So, dann machen wir einfach beide. So, dann gehen wir, zack, Notoren auf die Nase. So, dann gehen wir, zack, Notoren auf die Nase. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Alles okay. Im Endeffekt werden wir hier durch, aber da die weg wisst noch. Wenn der nühe ist, werden wir die auch nie schnell machen. Der Tod dieser üblen Kreaturen wird den Zorn der Legion schüren. Wer geht euch schnell zur Abwehr? Wir müssen jetzt anreißen. Ich pack dir's Arme! Arme! Er zittert! Diese abhaumliche Welt wird die volle Macht Demonstration. Okay, Verdammungsrufer Novo Monde getötet. Warten wir auch noch. Lass, ich hab den vergessen. Wir sind ja schon wieder hier auf ein paar Demonen. Ich glaube aber heute scheint nicht mein Tag zu sein. Oh, da ist er auch schon. Ah, da ist er auch schon. Die Legion ist ein unerbittenes Erkennen. Nein, ich finde da ist die Vibes auch schon noch fertig. Aber ihr habt die Wälder gerettet. Ganz falscher Rat, feiert euren Sieg. Oh, 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 oh. Ich werde mich auch verleihen, die Lenin zu gewinnen. Ich kann doch nicht weiter. Begeben euch schnell zur Rabenwehr. Wir müssen jetzt angreifen. Okay. Von daher können wir auch direkt mal hier unten die Quest abgeben. Achso, und dann müssen wir auch gleich hier zu Raben, wir. Dann geht's weiter. Feuer gehe ich mir natürlich die Kiste abholen. Und dann wollen wir doch mal schauen, was ich da drinnen so befinde. Vielleicht können wir ja das gebrochen oder eher weniger in den Leeren. Ja. 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 Ich bin der Ehe. Ah, geile Scheiße. Haben wir direkt noch eine Kiste bekommen? Gefällt mir das, was? Okay, okay, okay. Und richtig viel Artefakt. Artefakt macht. Ist klar, Artefakt macht. Bekommen. Kann man immer gebrauchen. Nice. Okay, ähm. Dann wollen wir mal schauen, wie viel Ruf wir denn brauchten, damit wir nochmal so eine Kiste bekommen. Okay, gerade mal wieder bei 850. Okay, kann wohl noch ein bisschen was dauern. Dann schauen wir auch direkt mal rein, was sich da drin so toll ist, das findet. Ich hoffe mal, ein Ritemount oder ein Pet oder ein Spielzeug. Okay, leider kein Petter für zwei Kubiose Münzen und 870 Ohren zu beschorschen. Ich will jetzt verscholutionen. Ach. Na ja. Ah ja. Ach, das lässt zu wünschen ein Brief. Nö, dann wollen wir doch mal dahin flattern. Wir müssen jetzt in die Hunde rein. An die Rahmen, ja, okay. Ich würde sagen, lass mal dahin flattern. Ich nur, Alarm. Oh scheiße, ich glaube, ich bin doch falsch geflogen. Mein DS lässt auch noch zu wünschen, ich bleib mal bei 1880. Warte mal, können wir Longe-Di hier rein oder muss ich gelaufen, so? Ja, ich hoffe, ich muss nicht gelaufen, rumlaufen. I-D. Ah, da kann man wohl nicht noch mal. Ah, scheiße. Oh cool, die begleitet uns jetzt, das freut mich doch. Das finde ich doch sehr sozial von hier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. So, das war wohl keine gute Ruhe. Wir haben verpufft zu werden. Aber egal, was uns um, was uns nicht umkriegt, macht uns stärker. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Und ja. Wow, diesmal hab ich mich nicht verirrt, dass das Gesegnet hat. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor der Sieg unser ist. Ja, ich weiß. Kundschaftet, die dämonischen Truppen oben aufgeraben wir uns. Ich nur, Alarm. Okay, Crashblock gefuckt. Scheiße, ich muss die Dinge abbrechen. Ich würde sagen, zeitlose Insel. Scheiß doch, der Hund drauf, die können wir später noch wieder annehmen. Grüße, Soldat. Die ist immer treu, mein Freund. Wir beschützen unsere Lieben. Auch für Luxus wären wir sogar noch da hoch geflogen. Freil wie ein Vogel. Okay, dann. Auch für den Kampf. Wow, hat ja für mich überhaupt nicht so viel. Ah, wir müssen ja gerade aufbauen. Hey! 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir halten derweil hier die Stellung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020